Die Osteopathie hat die große philosophische Basis eines ganzheitlicheren Ansatzes der Fürsorge. Das heißt, wir können zwar den jeweils individuellen Lebensstil der Person betrachten, aber wir betrachten das mehr aus einem holistischen Ansatz heraus. Und in der Osteopathie in den 1950ern wurde mehr so die Didaktik zwischen Osteopath und Patient in der Gesundheit. Und der Ansatz in der Medizin mehr aus der Krankheit heraus, die Gesundheit zu betrachten. Und jetzt in den 2020ern schätzen wir mehr diesen Gesamtansatz mit Körper, Geist und Seele in der Gesundheit. Und auch noch der Umgebung, dem Umfeld, in dem wir leben und überleben und gedeihen. Und possibly more and more now, families are looking to not just an internal relational field to their health position, but an attunement to those emerging properties that co-regulate between people. Und heutzutage schauen die Menschen vielleicht auch mehr nach, nicht nur nach Regulierung innerhalb ihres eigenen Systems, im System der Gruppe, sondern auch mit dem Umfeld, was alles mit rein spielt in der Regulierung, um damit mehr in Einstimmung zu leben. Das heißt, ihr als Behandler versucht ein offenes Feld des Zuhörens zu halten? Weil wir auch historisch informiert sind mit dem, was die Osteopathie früher gemacht hat und auch psychologisch passiert ist und all den ganzen Sachen, die man kennt. ist, was die Osteopathie früher? Und aus dem heraus sehen wir eben auch, dass diese ganzen ganzheitlicheren Ansätze, die Informationen, die auch aus verschiedenen Weltanschauungen und so kommen, dass all das dazu führt, wie der Raum um uns informiert wird.